Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Edelweiß Customs. Zündab Mopeds, die haben bisher in unserem Channel eigentlich immer gefehlt. Wir haben die großen Boxer vorgestellt, die normalen Zweitakter, aber die ganz kleinen Mopeds, die es vor allem nach dem zweiten Weltkrieg gab, die fehlen. Das holen wir jetzt nach und wir fangen aber mit einem kleinen Tutorial an, beziehungsweise zeigen wir euch einen super schönen Vorher-Nachher-Unterschied. Und das Moped, das kann nicht nur als Moped relativ viel, sondern auch optisch. Und bevor wir euch das Moped vorstellen, bevor wir euch alles andere vorstellen und bevor wir in den Zeitraffer gehen, damit ihr auch die Entwicklung sehen könnt, was hier passiert, möchte ich euch zeigen, womit wir arbeiten und was wir genau wie machen. Und ich gebe euch wirklich nur Einblicke, denn auch in unseren älteren Videos findet ihr eben Tutorials, wie ihr mit Chrom umzugehen habt, wie ihr Lack poliert und so weiter. Das heißt, wir haben hier unsere geliebte Stahlwolle, wir haben Chrompolitur und wir gehen hier einfach kurz über den Tank drüber und da geht das Feuerwerk nämlich schon los. Und da sieht man, was hier noch dahinter steckt. Man muss ein bisschen mit dem Lack aufpassen, dass man da jetzt nicht zu nah ran geht. Und da kommt auch schon der Unkelchrom wieder. Genauso machen wir weiter. Wir können mit unserer Stahlwolle hier über diese Aluleiste gehen. Auch da muss man halt wieder aufpassen, dass wir unseren Sattel nicht mit sauber kratzen. Auch hier, das ist natürlich auch Alu. Der Rest ist lackiert, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Aber auch da ist es ein super geiler Unterschied. Ich gehe wirklich nur ganz kurz drüber. Ich komme mir gerade so ein bisschen vor wie in dieser Home24, wenn sie hier irgendwelche Scheiße aufreden wollen. Also das ist natürlich ein bisschen spaßiger als Radfahren hier. Und der Kratzer, der Kratzer geht weg. Wir füllen hier die Kratzer auf. Nein, machen wir natürlich nicht. Aber ihr seht halt hier wirklich, wie geil das funktioniert. Einfach nur kurz Stahlwolle. Boom. Das wird alles poliert. Auch das zeige ich euch. Wir haben jetzt hier unsere normale Kochchemie-Politur und da gibt es zwei Polierpakete. Einmal Handpolitur und einmal mit der Maschine. Auch da habt ihr genau die Materialien, mit denen wir polieren. Und das ist auch hier wieder ein Riesenunterschied. Gut. Also da lässt sich auch richtig viel rausholen. Hier. Man hört es auch. Ich gehe mal mit dem Mikro näher ran. Ja. Also da müsste hier genauso... Der Lappen ist auch schon komplett verdreckt. Also da ist echt eine richtig große Auflagerung. Wir wollen euch hier auch nur ein paar Einblicke geben, damit ihr wisst, wie ihr das auch selber machen könnt. Genauso hier. Da geht auch richtig viel. Und da lässt sich dann schon erahnen, wie gut und wie schön die man wieder werden kann. Dann haben wir nochmal Stahlwolle und Bremsenreiniger. Da geht auch Waschbenzin, alter Sprit. Aber auch das ganz gediegen. Und da wir jetzt hier eh alles gerade einsauen, nehme ich auch den alten Lappen. Und hier, da zum Beispiel, müsst ihr jetzt aufpassen. Das wäre mir nicht direkt aufgefallen. Ist lackiert. Also wenn ihr hier mit Stahlwolle zu stark drüber geht, zerkratzt dann natürlich den Lack. Das hier ist, das ist wiederum normal Alu. Das sind dann solche Kleinigkeiten, da muss man dann halt echt aufpassen. Hätte ich jetzt hier zu stark aufgedrückt, wäre es doof gelaufen. Bohrmaschine, Drahtbürste. Damit kann ich hier die Aluteile machen. Damit kann ich hier den Auspuff auch machen. Und ihr seht da, das ist natürlich, hier kommt auch wieder Chrom raus. Und wenn ich es jetzt drauf anlege, kann ich mir die Bohrmaschine zunutze machen. Und da kommt halt auch wieder, genauso hier hinten. Das ist, denke ich, auch ein guter. Es ist natürlich viel besser, das alles zu demontieren. Wir zeigen euch ja jetzt nur Beispiele. Damit ihr schon mal einen Vorgeschmack bekommt. Und das hier sieht nämlich auch schon sehr gut aus. Also da steckt echt noch richtig viel Feuer dahinter. Und das Ganze, das schauen wir uns jetzt mal an. Bis zum nächsten Mal. 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 vorstellen können, ich nehme die andere Seite erstmal, haben wir sie schnell reingeholt und stellen euch dann das Endergebnis liebend gerne vor von unserer Zündab C50 Sport. Jetzt dürfte die Helligkeit auch wieder etwas besser sein. Wie ihr seht, wir haben etwas zu kämpfen. Zu kämpfen hatten wir bei der Zündab eigentlich gar nicht, denn die ließ sich super reinigen. Ich hatte euch ja gezeigt, mit was wir gearbeitet haben und genau so sind wir dann auch vorgegangen. Wir sind hier einfach schön durch, von vorn nach hinten und ich denke gerade am Tank sieht man halt den Unterschied am besten. Also der ist wieder richtig schön geworden. Ich habe auch diese Embleme neu gemacht, ich habe extra, weil original war auch wie so ein Soft Case, so was ähnliches unten drunter, also so eine fluffige Hülle und habe ich darauf die neuen Abziehbilder gezogen, die ein bisschen nach mattiert, damit sie nicht ganz so stark glänzen. Ja, den Rest einfach poliert. Natürlich habt ihr auch im Zeitraffer gesehen, dass der Robert und der Svenny uns da geholfen haben oder wir sind ja ein Team und das Teil hier wieder auf Vordermann gebracht haben. Was gar nicht ging, waren die alten Reifen. Ich bin da ja eigentlich ein Freund von, aber die mussten wir hier tauschen, denn die Schläuche waren mehr als tot. Die Reifen sehr stark gerissen und somit sind hier einmal neue Reifen drauf gekommen. Das ist jetzt nicht mehr so 100% original. Ja, der Rest ist ein wunderschönes Moped geworden und ich denke auch, dass ich das Teil hier nicht verstecken brauche. Es ist wie gesagt eine C50 Sport und bei den ganzen Zündab-Modellen, da kommt man echt schnell durcheinander. Also Modellbezeichnung ist hier 517 21 und es gibt eine Hülle von Zündab-Modellen. Das war mir echt nicht bekannt. Holla die Waldfee. Also mit 517, also nur diese 517er Reihe ist unendlich groß in meinen Augen, denn ich muss sagen, ich bin relativ unbefangen mit solchen jüngeren Fahrzeugen. Es ist, wir sind hier irgendwo 1970, 1971 und das ist schon jung für uns, denn normalerweise, rein zufällig steht jetzt hier diese ARDI 500cc von 1927. Das ist eher sowas. Übrigens auch eine geile Fake-Patina. Nur mal so am Rande. Das hier ist eine echte Patina. Den Tank haben wir übrigens mit Rostio gereinigt. Das ist auch eine schöne Sache. Das ist so eine Art Zitronensäure. Kann man über Nacht einwirken lassen mit Temperatur, heißem Wasser. Richtig gut geeignet für alle rostigen Tanks. Der ist wieder schön sauber geworden. Die Bremsen waren super. Also die hat schon unser Vorbesitzer scheinbar mal neu gemacht. Wir haben die Seele vom Bautenzug getauscht. Das war defekt. Also so Kleinigkeiten. Ich glaube, hinten hat eine Speiche gefehlt oder zwei Speichen. Die haben wir auch wieder ergänzt. Tja, Benzin hat sauber gemacht, Vergas hat sauber gemacht. Das normale Prozedere. Wir hatten das Fahrzeug damals aber schon mit laufendem Motor gekauft und was mich auch überrascht hat, dass die hier echt gut geht. Also ich hätte, vielleicht habe ich es auch schon gesagt, bei dem dünnen Krümmer, das nicht vermutet, dass diese Zündab doch so viel Spaß macht und doch eine ganz gute Beschleunigung hat. Höchstgeschwindigkeit sind übrigens 40 kmh für alle, die aus dem Osten zuschauen, denn die werden das nicht wissen. Wir haben hier 2,9 PS. Das ist das Sportmodell, wie ich schon gesagt habe, mit 3-Gang-Fußschaltung und unser Benzinhahn ist auf dieser Seite und dann drehen wir den mal auf und stoppen der Gerät. Wenn ich jetzt sage, die ist sonst immer beim ersten Tritt angesprungen, klappt es mir wieder keiner. Aber was ich vergessen habe, ist zu tippen. Das ist so ein kleiner Vergaser, dass wirklich, also mein Finger ist größer vom Durchlass her und wenn man halt Simson gewohnt ist, kommt es einen hier schon sehr spielerisch vor, aber es funktioniert verdammt gut. Auch wenn der Einlass mini mini winzig ist. So, zweiter Versuch. Da ist er! Ramm, 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 ramm. Schöne Knatterbüchse, vor allem ist hier hinten halt echt auch nur so ein kleineres Loch. Also ich hätte nicht gedacht, dass hier doch so viel Sound aus dieser Büchse rauskommt und es macht halt echt Spaß das Teil zu fahren. Schön ist er auch und schön ist auch, dass sie in den Osten gefunden hat und das muss schon kurz nach der Wende passiert sein. Papiere sind leider nicht mehr vorhanden, aber so waren die Aussagen, denn die stande jetzt alleine schon mindestens 25 Jahre bei unserem Vorbesitzer hier im Nachbarort in einer Scheune, ein echter Scheunenfund kann man sagen und er hat es wiederum aus dem Nachbardorf von einem Bekannten, ich glaube damals sogar geschenkt bekommen. Bordwerkzeug haben wir auch noch hier drin gefunden, wir haben noch hier das schöne Händlerschild, so was gefällt mir natürlich auch sehr, die Farbe ist auch super. Also ich hoffe ihr seid mit dem Endergebnis genauso zufrieden wie wir sind. Ist ein schöner Vergleich zwischen Fundzustand und gemachtem Zustand und man sieht halt auch wie viel und wie schnell man eigentlich hier was draus machen kann. Also ich sage mal so, jetzt rein für die Optik, das sind so ein bis zwei Tage und das lohnt sich allemal. Und in unseren Augen muss eben sowas auch nicht lackiert werden, denn das ist authentisch, auch wenn vielleicht die Schutzbleche schon etwas brauner sind, aber das ist alles super stabil und ist ein sehr sehr schöner Zustand. Das einzige was gemacht werden müsste ist der Sitzbankbezug, wenn man damit fährt, denn da sind einfach die Weichmacher raus, das ist brüchig, also da würde man mehr Schaden machen. So, in diesem Sinne haben wir das erste Mal ein Zündab-Mobid, ein Zündab-Nachkriegs-Mobid vorgestellt. Ein interessantes Teil, ich hoffe das ist nicht das letzte und ich hoffe da finden sich dann auch noch weitere, damit wir vielleicht auch da mal eine Art Vergleich machen können und auch so die Entwicklung zeigen können. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten geilen Bike wieder. Solltet ihr Fragen haben, ab in die Kommentare, genauso eure Meinung. Immer gern gesehen. Tschau. 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 Tschau.